Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Einen 25 Euro Gutschein sichern sich die witzigen Schlummerhasen von Silvia. Aus verschiedenen Kurzfell-Imitaten hat sie die niedlichen Kuscheltierchen gezaubert und die können sich nicht nur zu Ostern sehen lassen. Der 50 Euro Gutschein geht an einen Strandkorb, dessen Dach- und Sitzbezug aus unserem Markisenstoff Spain Sun gefertigt wurden. Die sommerliche Sitzgelegenheit lädt geradezu zum Chillen und Relaxen ein und mit dem Gutschein kann hoffentlich noch einmal sowas Geniales entstehen. Und ein 100 Euro Einkaufsgutschein geht an ein detailverliebtes Rokoko-Kleid Aus edlem Brautsatin und hochwertigem, beflocktem Taft hat unsere Kundin Lucia ein wirklich atemberaubendes Kleidungsstück kreiert. Für diesen Aufwand hat sie den Hauptpreis mehr als verdient. Und jetzt seid ihr dran. Schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt. Und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal, euer Zwirni.